Mir macht Spaß, mich mit Zahlen zu beschäftigen. Ich treibe gerne Projekte vorwärts und ich koordiniere gerne und genau diese Dinge kann ich hier machen. Eigentlich war es ein Zufall. Ich habe mich beworben und bin aufgenommen worden für Südosteuropa, weil ich ursprünglich aus Slowenien komme, sprich ich kann die ganzen südosteuropäischen Sprachen. Slowenien ist sehr demokratisch. Ich war total begeistert und überrascht bei meinem ersten Tag in der Post, damals noch in der Heidingergasse, was für ein gigantischer Logistikbetrieb die Post eigentlich ist. Ich habe mich für die österreichische Post entschieden, weil die österreichische Post ein österreichisches Traditionsunternehmen ist. Was mir an der Post gefällt ist, dass wir hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeiten. Wir haben hier Mitarbeiter, die teils bis zu 30 Jahre schon im Unternehmen arbeiten und wir haben hier ganz junge, neue Mitarbeiterinnen, die eine ganz andere Dynamik da reinbringen. Abgesehen von dieser tollen Arbeitsumgebung, die wir hier haben, wir haben wirklich Ausstattung mit allem, was man brauchen kann, muss ich sagen, was mir gefällt ist, dass die Leute offen sind für neue Ideen. Wir werden gefordert und gefördert in die Richtung. Die Post ist für mich vielfältig, innovativ. Gleichzeitig aber auch traditionell und auf jeden Fall sehr aufregend. Es ist jeden Tag ein Highlight hier das neue Bürogebäude zu betreten und in dem Open-Office-Bereich zu arbeiten und hier mit den freundlichen Kollegen zu arbeiten.